Hi und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ja, traditionell eine Woche vor Weihnachten mache ich ein kurzes Video zu ein paar Zubehörteilen, die ich so empfehlen kann als Weihnachtsgeschenk für dich selbst, wenn du gerne fotografierst, für den Personen, die gerne fotografierst, die du kennst, für deinen Partner, wie auch immer. Ein paar Kleinigkeiten, ein paar größere Sachen. Ich würde sagen, wir legen gleich los. Und das Erste, was ich empfehle, und ich glaube, das habe ich schon mehrmals empfohlen, ist die Peak Design Cuff Handschlaufe. Ich verlinke alles mal in der Videobeschreibung. Das ist für mich immer noch die beste Handschlaufe. Man kann diese Anker an die Kamera machen und dann einfach die Handschlaufe da dran klipsen. Hat man innerhalb von ein, zwei Sekunden auch wieder weggemacht. Ist super robust. Ich habe das Teil jetzt seit über zwei Jahren auf jeden Fall relativ häufig in der Benutzung. Immer wenn ich unterwegs bin mit der Kamera und die Kamera in der Hand halte, habe ich das Teil dran und bin sehr, sehr zufrieden. Und das Ganze sieht eigentlich auch noch sehr hübsch aus. Ich kann das ja mal kurz in die Kamera halten. Ja, das ist ja dieser Anker. Mal kurz fokussieren lassen. Da wird das Ding festgemacht und das ist einfach dann letztendlich die Handschlaufe. Gut, also Peak Design Cuff heißt das Teil. Da gibt es ein riesen Sortiment an Sachen von der Firma Peak Design, die mit diesen Ankern funktionieren. Auf jeden Fall mal anschauen. Ich verlinke dir ein paar Sachen in der Videobeschreibung. Ansonsten, das hier auch ganz wichtig finde ich, wenn man unterwegs ist, wenn man vielleicht mal in widrigen Bedingungen ist. Das ist ein Hama Lens Pen. Den gibt es auch von anderen Herstellern. Der von Hama, den fand ich bisher am besten. Habe ich jetzt auch schon viele, viele Jahre. Funktioniert immer noch einwandfrei. Damit kann man einfach sein Objektiv schön sauber halten. Denn auf einer Seite ist so eine kleine Bürste, mit der man Staub runterbürsten kann. Und auf der anderen Seite ist so ein kleiner Aufsatz, mit dem man dann das Objektiv auch noch von etwas hartnägerigeren Verschmutzungen reinigen kann. Also auf jeden Fall auch ein Thema, was ich empfehlen würde. Darf in keinem Fotorucksack fehlen. Dann geht es weiter und zwar mit sowas hier. Das ist ein Faltreflektor-Set. Auch das finde ich ist fast unverzichtbar für jeden Fotografen. Gibt es in verschiedenen Größen. Ich verlinke dir mal ein, zwei Artikel, die ich da empfehlen kann. Das von Valimix ist zum Beispiel recht gut und mir schon aus der Hand gefallen gleich. Auf jeden Fall, das ist ein recht hochwertiges Teil. Die Dinger sind recht günstig, finde ich. Natürlich könnt ihr nicht ganz mit den Sunbounce-Reflektoren mithalten. Aber für so ein 5-in-1-Reflektor-Set, wo man verschiedenste Themen, harten Diffusoren, silbernen Reflektor, goldenen Reflektor, Zebra-Reflektor, solche Sachen oder auch einen dunklen Hintergrund. Das ist das Ding, finde ich sehr, sehr praktisch. Habe ich auch recht häufig dabei, wenn ich irgendwie das Licht ein bisschen umlenken will. Wenn ich zum Beispiel einfache Available-Lights-Porträts machen will, außen, dann benutze ich das oft auch. Und natürlich ebenfalls im Studio kann man das sehr, sehr gut verwenden, um eben das Licht noch ein bisschen zu lenken. Des Weiteren, was ich sehr empfehlen kann, ist nicht unbedingt dieses Buch, aber generell ein schönes Buch zum Thema Fotografie. Das hier verlinke ich auf jeden Fall mal. Ja, Naturfotografie, die große Fotoschule heißt es, habe ich schon mehrmals durchgearbeitet. Es sind sehr, sehr wunderschöne Bilder drin. Es sind schöne Anregungen drin, um fotografische Szenen ein bisschen zu lernen. Einfach, wie tue ich eine Landschaft darstellen, auf was muss ich achten, wie tue ich Tiere darstellen und so weiter. Das ist ein schöner Bildband mit sehr, sehr vielen Erklärungen, auf was man achten muss beim Fotografieren. Und ja, das sind einfach schöne Denkanstöße oder Anregungen, die man selbst mal ausprobieren kann. Also auf jeden Fall ein gutes Buch, kann ich sehr, sehr empfehlen. Kann man einfach auch schön dabei abschalten, wenn man das gemütlich liest, dieses Buch. So, als nächstes gehen wir mal in den Bereich der Tragetaschen. Das ist die Cozy Speed Campslinger Outdoor Tasche. Habe ich auch mal ein relativ umfangreiches Review zugedreht, kann ich gerne mal verlinken. Ich verlinke auch die Tasche mal in der Videobeschreibung. Und die ist sehr robust, die ist mir schon mal ein Matsch rein, habe ich danach gewaschen. Sieht aus, naja, vielleicht nicht ganz wie neu, aber sieht noch sehr, sehr gut aus. Habe ich jetzt auch schon mehrere Jahre in Benutzung. Bin absolut überzeugt von den Cozy Speed Produkten generell. Haben ihren Preis, muss man ganz klar sagen, sind ihren Preis aber absolut wert. Für spiegellose Kameras, MFT-Kameras, ideal. Eine Kamera mit einem Objektiv und noch ein Wechselobjektiv, wenn es natürlich nicht zu große Linzen sind. Gehen da locker rein, sehr gut gepolstert. Und auch wenn es mal regnet oder so, kein Thema mit dieser Tasche. Ansonsten, das ist ein Teil, das ich auch sehr, sehr empfehlen kann. Und zwar ist es ein Kugelkopf mit Panorama-Funktion. Heißt, das ist ein ganz normaler Kugelkopf, den kann man aufschrauben aufs Stativ. Und hier oben kann man dann noch eine Schraube öffnen und das Ganze dann zusätzlich drehen. Heißt, man kann diesen Kugelkopf ausrichten. Da ist auch eine Libelle natürlich hier oben drauf. Man kann diesen Kugelkopf ausrichten und dann Panorama schießen. Somit entfällt das lästige Stativ ausrichten, wenn man einen normalen Kugelkopf hat. Weil bei Panoramen sollte das Stativ absolut im Wasser ausgerichtet sein. Ist jetzt eine günstige Variante, ich verlinke mal die. Und dann auch noch die beiden, die Version von Tinktik, habe ich Anfang des Jahres das Pyramid-Stativ getestet. Da gibt es auch so einen Kugelkopf, der noch wesentlich stabiler ist als der hier. Aber für leichte Kameras ist auch der hier schon sehr, sehr gut und deutlich günstiger. So, jetzt wieder ein bisschen günstigeres Teil. Und zwar ist das ein Graukarten-Set, das ich auch in der Regel in meinem Fotorucksack habe. Wenn ich schon weiß, ich will in irgendeiner Form einen manuellen Weißklapp gleich machen, kann man natürlich auch ein weißes Blatt Papier nehmen. Habe ich ja auch in einem meiner Videos schon gesagt. Aber natürlich ist es dann doch letztendlich professioneller, praktischer. Wenn man sowas dabei hat, hat man eine weiße Karte, eine graue Karte, eine schwarze Karte. Die schwarze habe ich jetzt bisher noch nicht verwendet, aber die weiße und graue schon immer mal wieder. Und kann es absolut empfehlen. Gibt es auch wieder in verschiedenen Varianten, gibt es auch in groß, klein, teuer, billig und so weiter. Ich verlinke mal die, die ich habe oder die ich aktuell empfehlen würde. Dann wieder was Größeres oder eigentlich gar nicht so groß. Vergleichsweise habe ich auch vor kurzem ein ersten Review-Video zu gemacht. Das ist das Tinktik Wing Stativ. Mein Stativ 2020, ganz klar, hat nur die Konkurrenz des großen Bruders, das Tinktik Pyramids. Die Tinktik Stative sind hervorragend von ihrer Qualität. Für den Preis absolut gut. Schaut ihr auf jeden Fall mal gerne meine beiden Videos zu den Stativen an. Ich kann sie absolut empfehlen. Also da gibt es nichts, wo ich sagen würde, das passt nicht bei dem Stativ. Für den Preis sehr, sehr gute Qualität. Auf absolutem Profi-Level. Was soll ich dazu sagen? Also, schau dir auf jeden Fall mal an. Und das leichte kleine Reißstativ Tinktik Wing ist auf jeden Fall meine absolute Empfehlung dieses Jahr, wenn man sowas sucht. Gut, zu guter Letzt habe ich noch, wenn wir schon bei Stativen sind, ein kleines Mini-Stativ. Das ist Kuhlmann Magnesicopter. Ist ein Standard-Mini-Stativ, sage ich mal. Das ist schon seit vielen Jahren in meiner Benutzung. Ganz, ganz einfaches Teil. Kann man auch nichts groß umstellen oder irgendwas. Hat einen soliden Kugelkopf. Benutze ich immer wieder. Hat eine gute Traglast. Der Kugelkopf kann auch eine spiegellose Kamera problemlos mit einem normalen Objektiv halten. Sodass man hier überhaupt keine Probleme hat, wenn man mal möglichst klein mit kleinem Gepäck unterwegs sein will. Oder da kann man auch ein Licht drauf machen. Oder, oder, oder. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Ist auf jeden Fall ein absoluter Tipp von mir. Gerade dieses Kuhlmann Magnesicopter-Stativ. So, das waren schon einige meiner Anregungen fürs diesjährige Weihnachtsfest. Ja, von sehr günstigen Sachen bis ein bisschen teurere Sachen war jetzt alles dabei, denke ich mal. Gerne kannst du auch noch in die Kommentare schreiben, was du dir vielleicht dieses Jahr schenkst. Oder was du vielleicht auch dieses Jahr verschenkst. Auch wenn dieses Jahr vielleicht ein bisschen anders ist als die anderen Jahre zuvor. Aber, aber dennoch kann man ja doch irgendwo das Weihnachtsfest ein bisschen genießen, hoffe ich mal. In diesem Sinne, falls man mich vor Weihnachten nicht mehr sieht, wünsche ich dir ein wunderschönes Fest im Rahmen der aktuellen Möglichkeiten. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.